Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls du interessiert bist, gesünder zu leben, mehr Rohkost zu essen, einfach gesünder zu sein, möchte ich dir ein paar Leute vorstellen, die ein geniales Produkt entwickelt haben. Dr. Brian Klement, er hat eine Hippokrates-Klinik für Krebskranke und andere Krankheiten. Sehr, sehr viele Menschen sind durch seine Therapie schon gesund geworden und gerade was Krebs angeht. Markus Rotkranz, Filmproduzent in Hollywood, ständig krank und es gibt ein Bild von ihm auf seiner Seite, ein Vergleich, wie er mit 27 und mit 46 Jahren aussieht. Sehr interessant, ich verlinke euch die Seite, damit ihr euch einmal das Bild anschauen könnt. Urs Hochstrasser war früher Restaurantkoch, hat sehr viel mit Fleisch gemacht. Jetzt ist er umgestiegen auf Rohkost und kreiert richtig tolle Gerichte. Dr. John Switzer ist Ayurveda-Arzt und hat damals den Ralf Brosius gecoacht. Und Ralf Brosius hatte Lungenkrebs, 6 cm großen Tumor in der Lunge und die Ärzte sagten als Prognose, 70% sind in drei Jahren tot. Und Ralf Brosius sagte damals einen Satz, ich musste drei Dinge lernen. Erstens, mich von der alten Ernährung trennen, mich davon befreien. Zweitens, die neue Ernährung annehmen. Und drittens, meine Angst verlieren. Er lebt heute immer noch und hat den Krebs besiegt. Insgesamt sind 27 Experten im Kurs, die ihre Geschichte erzählen zum Thema Rohkost. Das Geniale ist, es ist sehr viel Bonusmaterial dabei. Das Komplettpaket kostet eigentlich 372 Euro und ist jetzt für 89 Euro zu bekommen. Ich verlinke dir den Kurs mit den vielen Bonis in der Infobox. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.